Auch in dieser und in der nächsten Phase der Corona-Pandemie bleibt die Maske wichtig. Aber wir haben keine rechtliche und keine reale Grundlage mehr, dass wir es allen Menschen vorschreiben, die Maske in allen möglichen Bereichen zu tragen. Aber es liegt ja an uns allen, diese Maske auch richtig einzusetzen. Deswegen haben wir von der Stadt gesagt, dort wo wir Dienste mit den Bürgern und Bürgerinnen durchführen, also in unseren Bürgerdiensten zum Beispiel, in den Museen, dort tragen wir weiter die Maske. Und auch in den Angeboten der Sport- und Freizeitbetriebe empfehlen wir allen Menschen, setzt die Maske auf, weil sie am Ende wirklich schützt. Also es ist wie immer, es liegt an uns.